Ja, Michael, wie reguliert man das? In der Europäischen Union gibt es die Idee zu regulieren, aber mein Eindruck ist, dass die Regulatoren auch nicht so richtig wissen im Moment, was sie eigentlich regulieren sollen. Hast du da eine Idee dazu? Auch Ideen gibt es dazu mehr als genug und ich glaube im Übrigen nicht, dass Regulierung Teufelswerk ist. Die Frage ist ja immer, wie präzise sind wir dann selber in der Sprache und um was geht es eigentlich, wenn wir über KI sprechen? Geht es da um Chat-GPT? Geht es da um Systeme, die Krebs früher erkennen können? Geht es um Systeme, die Arbeitsabläufe in Fabriken vereinfachen und erleichtern? KI ist ja jetzt nicht irgendwie eine monolithische Struktur, sondern das sind Algorithmen. Algorithmen sind nichts anderes als Arbeitsabläufe, die so gestaltet sind, dass sie bestimmte menschliche Tätigkeiten oder vielleicht auch menschliches Denken nachahmen. Und mit dieser Fähigkeit der Nachahmung gehen natürlich verschiedene Gefahren einher, aber es gehen genauso viele Chancen damit einher. Wenn wir uns die Arbeitswelt angucken im Bereich des produzierenden Gewerbes, vereinfacht sich die Arbeit durch Algorithmen, die in Fabriken eingesetzt werden, ganz erheblich, weil viele manuelle Tätigkeiten, die man früher mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden hat, heute so weit durchalgorithmisiert sind, dass sie Maschinen fast autonom ohne menschliches Zutun tun können. Das ist eine positive Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Das erschreckende, und damit will ich auf deine Frage zurückkommen, ist vielleicht jetzt festzustellen, dass auch intellektuelle Tätigkeiten, Tätigkeiten des Denkens, Arbeitsabläufe des Denkens von diesen Maschinen imitiert werden können und algorithmisch nachgeahmt werden. Und auf einmal diese Nachahmung des menschlichen Denkens, vielleicht an ein paar Punkten sogar dem menschlichen Denken selbst gegenüber überlegen ist. Also wir können keine Statistiken so schnell auswerten, wie das sinnvollerweise eine KI machen kann. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo Erkenntnisse, die eine KI darüber erreicht, eben zum Beispiel das Erkennen von Krebszellen bei einem Hautkrebs, eine fundamentale Bedeutung für die Gesundheitsvorsorge haben kann. Also es ist sehr komplex, über KI zu reden, weil KI in ihrer Ausgestaltung sehr differenziert zu betrachten ist. Und ich finde, man muss sich immer fragen, um was geht es denn bei der KI? Geht es um die Generation eines generativen KI, eines Bildes, eines Textes? Geht es darum, Arbeitsabläufe in einer Fabrik zu verändern? Geht es darum, Krankheiten zu erkennen? Denn um was geht es ganz konkret bei der KI? Und dann müssen wir uns überlegen, wie sollen die Modelle dann gehandhabt werden für den konkreten Fall? Also wir können das nicht pauschal sagen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht so frech bin, weil es ja um Autorenschaft geht. Mal zu behaupten, dass die Autorenschaft auch nichts anderes ist als Big Data. Also die KI verlangt ja ständig große Mengen an Informationen, die sie dann auswerten kann, die sie verarbeiten kann. Und was bieten die Autoren mehr als Big Data? Eigentlich nichts. Die KI verarbeitet das dann, arbeitet damit statistisch und produziert neue Texte. Also das ist eine Provokation natürlich an denjenigen, die schriftstellerisch tätig sind. Da gebe ich doch direkt mal weiter. Danke, Laura. Danke.